Ich bin hier hinter den Kulissen vom Ringfest 99 und ich habe wieder ein paar Gäste. Wow, Music Instructor, guten Tag! Ja, yo, yo, yo! Wir sind hier sozusagen im Versorgungszelt, also die Künstler werden hier wahnsinnig versorgt sozusagen und bemuttert mit tollen Häppchen und Lines. Die Auszahl ist riesig, es gibt auch wirklich nur Lines oder Häppchen. Bedient euch bitte, also wenn ihr was haben wollt, wenn ihr Hunger habt, greift einfach zu. Und es gibt natürlich auch die gute alte Kondensmilch. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass die Sachen so heiß begehrt sind. Toll, das spielen die nur für die Kamera, aber was sie nicht spielen, sind diese Moves. Ihr könnt doch so unheimlich gute Breakdance-Moves machen, oder? Zeigt mir mal was, komm, am frühen Morgen, ich will ein bisschen beeindruckt werden. Na gut, wer macht was? Ich. Okay. In Berlin macht sich kein, kein, gar keiner. Der Mann mit dem Brusthaben macht jetzt was für euch. Viel Spaß. Okay. Ey, warte mal, ich bin hier ganz... Das war jetzt schon alles? Das ist aber... Also bitte, ja komm, mach nochmal. Hallo. Ich sag nur, Wodka, Red Bull, vorsichtig sein. Dankeschön, Music Instructor. Die Mädels sind aus dem Häuschen, hat dir gefallen, ne? Ja, immer doch, klar. Wolltest du die Jungs auch auf der Bühne sehen? Ja, hab ich schon. Hast du schon mal, aber jetzt nochmal auf der Viva-Bühne, ja? Viel Spaß und hier sind die Live-On-Stage-Music Instructor. Los! Yeah! Das war jetzt! Freak, 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 yeah! Freak, 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 freak! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018